hallo und willkommen zum video tutorial diesmal wird 2010 diesmal geht es hier erst mal um die neue oberfläche hier hat sich im vergleich zu 2003 und 2007 einiges verändert wir sehen hier jetzt haben wir entsprechend registerkarten es gibt also keine menüs mehr diese windows rose die hier oben im 2007er waren ist gewichen einem datei menü das heißt hier hier kommt man in den hintergrundbereich alles was man also mit dieser datei anstellen kann findet man hier und das was man in der datei dann macht das findet man in dem vordergrundbereich wo wir also immer das dokument sichtbar haben ja es ist so aufgeteilt dass alle befehle die man sehr häufig braucht in dieser startregisterkarte zu finden sind und dann ist es eigentlich sehr viel logischer aufgebaut worden mit einfügen wenn ich was einfügen möchte wenn ich am layout etwas ändern möchte ist es entsprechend gestaffelt nach der häufigkeit der verwendung was hier auffällt hier sind schon die entwickler tools eingeschaltet das ist hier standardmäßig nicht eingeschaltet das muss man dann in den word optionen machen also datei hintergrundbereich optionen hier kommen in die word optionen und hier kann man dann entsprechend im menüband anpassen hier häkchen setzen rausnehmen ich nehme es jetzt mal hier raus entwickler tools ok und die sind jetzt hier verschwinden verschwunden das ist jetzt also so die standard konfiguration bei der auslieferung was auch auffällt ist hier ist die status zeile etwas ausgedünnt worden leicht verändert worden der zoom der ist jetzt mit zum schieberegler erreichbar dann wir haben hier keine zeilnummern mehr ist aber ganz leicht einzustellen einfach hier mit einem rechtsklick drauf und hier haben wir dann wieder entsprechend die zeilnummern die hier angezeigt werden und hier oben haben wir noch etwas eine schnell startleiste also man kann hier zusätzlich befehle die man häufig braucht und vielleicht auf anderen registerkarten oder auf gar keine registerkarten zu finden sind hier oben verfügbar machen hier klickt man einfach auf diesen doppelpfeil sagt weitere befehle und dann kann man hier dann entsprechend alle befehle auswählen und hier dann entsprechend schauen was braucht man vielleicht besonders häufig zum beispiel viel mit grafik grafik bearbeitung macht dann vielleicht gruppieren und wenn das hier entsprechend hinzugefügt ist dann habe ich diese schaltfläche hier oben verfügbar und ich kann aber hier auch wieder entsprechend reingehen weitere befehle und kann dieses kopieren entfernen das ist dann nicht gelöscht sondern halt einfach wieder in diesem bereich links und hier verschwunden ich selber habe hier zum beispiel das textfeld verfügbar gemacht weil ich das häufig brauche und hier ist noch eine funktion berechnen drin das heißt ich kann hier zwei zahlen eingeben wenn ich die entsprechend markieren die auf berechnen dann wird mir hier das ergebnis in der status zeile angezeigt ja was kann man mit dem wird 2010 noch machen man kann hier zum beispiel auch diese registerkarten ausblenden man kann sie wieder einblenden natürlich hier bei dem fragezeichen da kommt der hilfeassistent hier braucht man eine internetverbindung kann die entsprechende frage eingeben und kommt dann entsprechend auf die hilfeseite ja was gibt es noch vielleicht hier im hintergrundbereich datei speichern unter speichern das können wir auch aus den vorversionen neu man kann jetzt hier verschiedene vorlagen auswählen das gab es auch schon in früheren wird versionen das drucker menü wenn man nicht hier den schnelldruck verfügbar gemacht hat das ist ein bisschen längerer weg datei drucken und dann muss man auch mal auf die große schaltfläche drucken gehen und bei speichern und senden gibt es jetzt hier verschiedene möglichkeiten wie man mit dieser datei verfährt man kann sie im web speichern und sharepoint kann man speicherort suchen man kann aber auch den datei typ ändern oder gleichen pdf daraus erstellen oder x ps dieses dateiformat von microsoft ja was haben wir hier noch zu finden es gibt hier noch entsprechende options schaltflächen das sind diese kleine vierecke mit pfeil drin wenn man hier drauf klickt dann geht noch mal ein extra menü auf und die haben wir zum beispiel das menü schriftarten hier finden auch diese berühmten kapitelchen die immer unauffindbar sind unsere text effekte und was hier vielleicht noch erwähnenswert ist hier unter absatz wenn wir hier drauf klicken dann sehen wir in der standard konfiguration zehn punkte mehrfach 1,15 ist folgender grund wenn ich hier mal text eingeben blind text dann sehe ich wenn ich die absatzmarken einblende hier ist eine absatzmarke drin das bedeutet ich brauche für einen absatz nur noch einmal zu schalten ja das ist vielleicht beim schreiben von längeren texten hilfreich aber spätestens bei einer adresse stört mich das und ich schalte das eigentlich immer aus ich sage hier abstand danach möchte ich auch null punkte haben und ich möchte einen einfachen zeilenabstand und jetzt ist es wichtig dass man sagt als standard festlegen und zwar nicht nur dieses dokument sondern alle dokumente basierend auf der vorlage normal dort das ist praktisch die dokumenten vorlage für word wo hier alle einstellungen abgespeichert werden und wenn ich hier sage ok dann sind diese einstellungen fest auch wenn ich jetzt neues dokument öffne also neues leeres dokument da habe ich hier dann diese einstellungen ebenfalls wieder drin das hätte ich jetzt so nicht gehabt wenn ich das nur auf dieses dokument 1 bezogen hätte aber so ist es jetzt praktisch in der standard konfiguration enthalten